Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Felgelein nicht finden. Bezuchen Sie ihn eben! Ich will Felgelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Felgelein! 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 Bist du nur ein Termin verloren? Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände... Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Es soll mit der 12. Armee die Sache unterstützt. Guck auf, was ist los? Woher kommt die Schesserei? Dann soll die Armee kehrt machen! Haben Sie noch zwei Fälle in einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrutscht! Die Kinderrechte ist doch kein Schmeißen des deutschen Fassens! Sie ist ohne Ehre! Bringen Sie mir Felgelein! 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 Bringen Sie mir Felgelein! Ob Sie sich so antarischiert behaupten, dass ich wirklich krank bin! Ja, vielleicht schon da!